Und ein Moinzen zum zweiten Podcast diese Woche. Das ist ja hier wieder der Hustle schlechthin zwischen Prüfungsphase und englischer Woche, aber hat bisher alles noch ganz gut funktioniert. Ja, was nicht ganz so gut funktioniert hat, war das Spiel am Mittwoch bei den guten Bielefeldern. Da haben wir nicht wirklich überzeugt. Aber gehen wir erstmal rein. 3-0 verloren. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. 3-0 verloren, den Spaß. Ja, auch schon ging es so eigentlich in Ordnung. War ja so zu erwarten, nachdem Silas und Gonzalez gefehlt haben. Wir sind gegen Freiburg wieder dabei. Das wird auch wieder ein großer Punkt sein. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass er den Castro rausgenommen hat. Wahrscheinlich auch mal da nochmal zur Schonung. Also haben wir wirklich gefühlt so mit 3 Stammkräfte gefehlt in der Startelf. Das darf man auch nicht vergessen bei der Spielbewertung. Förster, ja, der war quasi ein Ersatz für den guten Castro. Das hat mich auch wirklich einfach nur gewundert. Habe ich ja gerade schon gesagt, das hat mich einfach gewundert. Rein von der Leistung her, war jetzt Förster auch nicht unbedingt ein Ersatz, der irgendwie würdig war zu einem Castro aktuell. Generell war das ja eigentlich auch wieder keine komplett räudige Leistung. So war es ja nicht. Wir waren ja nicht komplett unterlegen oder sowas. Das war ja so einfach nicht. Wir hatten die erste große Chance durch Kalajic, der für mich echt ein gutes Spiel gemacht hat. Durch Kalajic, wo der Kieber einfach stark hält aus kurzer Distanz, den Reflex. Der Zeitpunkt von 1-0 von den Bielefeldern war halt komplett random. Zu dem Zeitpunkt war das maximal unverdient, weil die Bielefelder nichts gemacht haben bis dahin. Wir haben das Spiel bestimmt. Es war ja so ein bisschen klar, dass wir das Spiel bestimmen müssen und quasi das Spiel machen müssen. Dann fällt das 1-0 und danach kann Bielefeld ihren Stiefel noch mehr durchziehen. Weil die haben es natürlich, wenn man 3-0 gewinnt, ist es ein verdienter Sieg. Da kann man jetzt auch kein Bullshit labern von wegen, waren ein paar Tore zu hoch und so unschieben. Wenn du 3-0 verlierst, dann hast du verdient verloren. Aus dem Ergebnis kommst du nicht mehr raus. Aber Bielefeld hat es einfach gut gemacht. Ganz simpel, die haben es einfach gut gemacht. Die haben ihren Stiefel so gut durchgezogen, haben ja auch gerade ein kleines Hoch in der Liga. Berlin gewonnen, unschieben Hoffenheim, wir gewonnen. Und haben uns tatsächlich jetzt auch diese Saison so viele Siegel geholt wie wir. Das würde man gar nicht denken. Die haben nur 5 Punkte weniger geholt, haben 5 Siegel geholt, wir auch diese Saison. Wir hatten halt dann gefühlt 35 Unentschieden und Bielefeld hatte halt dafür ein paar Niederlagen als Unentschieden. Aber es sieht jetzt am Ende des Tages auch sehr ordentlich aus für Bielefeld. Auf dem 15. Platz jetzt. Tabellarisch. Mit 17 Punkten. Das sind 10 Punkte auf die Abstiegsränge unten. Also das lässt sich echt ehrlich sehen. Und wie gesagt, auch gar gegen Bielefeld. Spielverlauf her ist geschenkt. Dann soll Bielefeld die Punkte mitnehmen. Das ist mir lieber, wenn du so einen Ausfall hast oder so ein Spiel hast, wo halt mal nichts geht. Kalecic hat auch eine Riesenchance, die der Keeper-Senders noch mal gehalten hat. Klar, das wäre wahrscheinlich minimal ein Abseits gewesen, aber die Szene lief ja. Da hat man eine Riesenchance gehabt vom Chancenverhältnis generell. Steht auch hier mal beim Kicker eigentlich drin oder nicht. Ja, Chancenverhältnis hier. Kicker-Chancenverhältnis 5 zu 6 für uns. Also das war wirklich ein ziemlich aussichtliches Spiel. War aber irgendwann ein Spiel, wo du einfach, wie man es vielleicht aus FIFA kennt oder so, weil du das Gefühl hast, du könntest hier 120, 130, 140 Minuten spielen. Du schießt heute kein Tor mehr. Du holst das hier nicht mehr auf. Es soll heute einfach nicht sein. Habt ihr ja auch schon im Stream gehört und auch in den Stream-Highlights dann. Von dem her, so war das halt. Und sei der Mannschaft auch einfach mal zugestanden. Er hat in so einer gesamten Hinrunde ein wirklich schlechtes oder halt beim Ergebnis vor allem ein schlechtes Spiel mit Bielefeld. Beim Rest konntest du wirklich bei ziemlich gar keinem Spiel großartig meckern, was Bereitschaft, was Leistung, was alles Geben angeht. Von dem her. Lieber Bielefeld dann so einen Einbruch gegen Bielefeld haben, damit Aufsteiger denen die Punkte geben, als, was weiß ich, gegen irgendeinen anderen Klub in der Liga. Wie gesagt, hier 5 zu 6 Chancenverhältnis, 66 Prozent Ballbesitz. Wir gucken 10 zu 9 Torschüsse für uns. Wir waren nicht nur um drei Tore unterlegen, ganz sicher nicht. Aber der Sieg am Ende des Tages geht in Ordnung, weil Bielefeld das einfach clever und klug gemacht hat. Wir sind auf Platz 10, 22 Punkte. Nach der Hinrunde ist weiterhin überragend. Oder auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Überragend wäre es wahrscheinlich gewesen mit 25, dann hätte man das Spiel gewonnen. Wäre man auf Platz 9 gewesen. Aber auch rein Platz unabhängig, Tabellenplatz unabhängig, bist du dann halt damit einfach 7 Punkte vor dem 16. Und 15 Punkte vor den Abstiegsrängen. Weil darauf müssen wir ja gucken, Relegation, Abstieg. Als Aufsteigerung, da haben wir 15 Punkte. Und da wir ja auch da unten, du guckst bei Schalke, minus 30, Mainz minus 21, Bremen minus 6, Augsburg minus 9, auch Hoffenheim, die jetzt auf Platz 11 hinter uns sind, mit 3 Punkten weniger, minus 5. Und dann kommen wir mit einem positiven Torverhältnis von 5. Das haben wir auch übergeführt, noch einen Punkt drauf. Also wir haben sehr, sehr guten und sehr, sehr viel Abstand. Wie gesagt, wenn du mal guckst, Mainz, Schalke, wenn du nach der Hinrunde 7 Punkte hast aus 17 Spielen, gibt es mir keinen Anhaltspunkt zu sagen, okay, dann holen die halt in der Rückrunde die benötigten 30 Punkte oder whatever, um sicher drin zu bleiben. Warum? Was sollte da passieren? Vor allem Schalke und Mainz. Mainz verkauft oder leiht erstmal aus, hier ein Top-Stürmer mit irgendwie 3 Millionen Leihgebühr und dann schießt mich tot in irgendwie ein paar Monaten oder einem Jahr, in der Talbe oder so, gibt es eine Kaufoption. Muss auch verstehen, wer will, außer dem lang entscheidenden Satz in der Rückhand, aber einfach so mal Täter abzugeben, Abstiegskampf, ja. Vor allem, du hättest es nicht abgeben können, aber dann halt direkt für Cash, direkt für Kohle, direkt für 10, 15 Millionen, aber nicht für so eine geschissene Leihgebühr. Also, sich einfach selber geschwächt, die Kollegen, sich einfach selber geschwächt, die Kollegen. Und dann Schalke unten, also, gegen Köln waren sie ja, glaube ich, sogar besser vom Spielverlauf her, Einstellung und sowas scheint ja gerade zu passen. Aber wenn du halt dann trotzdem verlierst gegen Köln zu Hause, dann haben die jetzt gleich noch diese Phase, jetzt fängt es ja am Sonntag an, haben sie diese Phase mit zu Hause Bayern. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge genau, aber dann zu Hause Bayern, zu Hause Dortmund, zu Hause Leipzig. Ich habe wirklich keinen Anhaltspunkt, dass diese beiden Klubs da unten, 17, 18, großartig mehr als 20 Punkte am Ende der Saison haben. Ich habe dafür gerade keinen Anhaltspunkt. Und von dem her haben wir mit 22 Punkten, sind wir mal ganz ehrlich, wie gesagt, ich gehe gleich noch auf ein paar News und ein paar Kommentare ein, aber wenn wir jetzt gerade schon in diesem Flow drin sind, und dann natürlich auch gleich aufs Spiel, dann am Fre... morgen am Samstag in Freiburg. Guckst du jetzt mal den Saisonstart, den Rückrundenstart an. Freiburg auswärts, haben wir einen guten Rekord, komme ich gleich drauf zu sprechen. Wenn du das holst, 25 Punkte. Dann hast du Mainz zu Hause. Wenn nicht gegen irgendwen deinen Scheiß-Heimfluch beenden, warum dann nicht gegen Mainz, die gerade räudige Scheiße spielen, komplett in einer Krise stecken? Dann hast du, irgendwann kommt noch Schalke zu Hause, dann hast du noch... Jetzt hänge ich gerade. Köln hast du noch auswärts. Da kommen jetzt direkt am Anfang der Hinrunde, am Anfang der Rückserie, direkt 4, 5 Spiele. Wenn du da die Big Points holst, dann hast du gefühlt am 23. Spieltag ausgesorgt und hast deinen Klassenerhalt gesichert. Wenn du jetzt wirklich noch 10, 15 Punkte holst, bleibst du zu 100% drin. 100%. Wenn du wirklich am Ende der Saison oder jetzt nach den paar Spieltagen, du könntest ja potenziell aus diesen 4, 5 großen Spielen 12 bis 15 Punkte holen, maximal aus Beute. Wenn du die holst, dann bist du auf fucking 34 bis 37 Punkten irgendwie 8, 9 Spieltage vor Saisonende. Dann bleibst du drin. Fertig. Also wir sind da weiterhin sehr, sehr gut aufgestellt. Gehen wir ein bisschen auf die News noch ein. Hier wieder mal weiterhin neue Artikel immer wieder rauskommen. Weitere Geschichten zur Hitzesberger Vogt und Datenskandal-Geschichte, wo hier scheinbar offensichtlich schreiben es jetzt in den Medien, dass da scheinbar wirklich Einfluss genommen wurde auf diese Aufklärung durch ESECON und so weiter. Das hat sich aber scheinbar gebessert. Trotzdem schwierig, dass du dann wirklich da Bestätigung der Medien zumindest hast, dass es wirklich blockiert wurde und es ist wirklich einfach schwierig. Einfach schwierig. Dann hier genau im Prinzip hilft nach dem ESECON Zwischenbericht nur noch eins. Alle rausschmeißen, die während der Zeit der Ausklärung was zu sagen hat und jetzt die Aufklärung beeinflussen. Alle, ja, ein bisschen radikal, aber vom Kern her trifft es das ja so ein bisschen. Dann gerügt müssen, das hat Ryo, Ruao, Ruault, keine Ahnung. Ich meine, ich hatte Französisch in der Schule, deswegen glaube ich, würde ich mal tippen, dass Ruiol oder Ruault oder so eine Scheiße die richtige Aussprache ist, aber kann natürlich auch komplett falsch sein, ist irgendwie scheinbar ein Verteidiger. Die gute alte französische Liga, französische zweite Liga am Start, der dann halt einfach den Ersatz spielen soll ab Sommer, wenn da mal Frau Panos nach seiner Leid zurück zu Arsenal geht. Wäre ja nicht verkehrt. Dann hier der Schuhmacher hat, Stuttgart Zeitung hat auch wieder beim SWR ein gutes Interview gegeben, ein bisschen was dazu zur Datenthematik und so weiter gelabert, auch wieder gut. Der hat ja auch im Doppelpass, der sehr sehr sehenswert war mit Missing, der hat auch die guten Fragen gestellt gehabt. Da bin ich ja drauf eingegangen, dass Missing halt bleibt oder vermutlich bleibt, auch wenn Hitzesberger verliert. Und dann jetzt hier so ein paar Tweets zum Spiel, fühlt sich an, als hätte der VfB bei Angriff lag. Finde ich gut, passt genau. Dann hier, wie viele Punkte Vorsprung auf Platz 16 braucht man für ein gutes Gefühl? Genau, das ist ja unsere Frage. Abstand, soweit wie möglich halten und dann ist auch mal solche Patzer okay, weil wie gesagt, man hätte ja vor der Saison nicht gedacht, dass man so viele Punkte hat. Man hätte ja gedacht, dass man wirklich auch da unten mit drin hängt. Plus, dass man nicht so gut spielt und dass man noch viel mehr Spiele hat, wo man am Ende frustriert rausgeht oder noch viel mehr Spiele hat, wo man einfach nicht geliefert hat und einfach Ausrutscher drin hat. Das hatten wir gefühlt ein, maybe zwei, keine Ahnung, mehr oder minder Ausrutscher bisher in der Hinrunde. Das ist weiterhin einfach so stark dann auch nett. Vielleicht liegt es auch daran, dass es der Ackerheimspiel Atmosphäre schafft, fand ich auch gut. Und dann hier, genau das ist es dann. Mund abputzen und den Freiburg besser machen. Ein schlechtes Spiel sollte man der Truppe schon auch mal zugestehen. Immerhin sind wir aufsteiger, zu dem ist die zweite Reihe halt doch nicht so stark, wie man vielleicht gedacht hat. 20 Punkte, respektabel, no panic. Das ist genau das, die zweite Reihe meint natürlich die Einwechslungen. Zum Beispiel auch Kolinov war so meh. Massimo war ganz okay, aber man kann das Ding halt auch machen. Die Chance, die er hatte. Auch Koulibaly war auch nicht so stark. Der war ja von Beginn an drin und sowas. Ja, auch ein Förster, weiß ich nicht, Klement, ja geht auch. Also es tut schon sehr gut, glaube ich, dass Silas und Gonzalez zurückkommen und auch Castro am Samstag oder morgen. Kann man so halt eine junge Mannschaft zerreden wegen einem Spiel, das schlecht gelaufen ist. Rafft euch mal, Alter, das ist genau der perfekte Kommentar. Und dann hier habe ich ja vorhin auch schon gelobt, Bielefeld ist so eklig zu spielen und ich meine das nicht abwerten, sie machen das richtig. Und hier nach zu gestern uns liegen die tiefstehenden Gegner einfach nicht. Deshalb sehen wir gegen Gellertbach besser aus als gegen Bielefeld. Das muss der nächste Entwicklungsschritt sein. Genau das, eben saumäßig junges Team, jüngstes Team der Liga. aus Ballbesitz mehr zu machen. Zudem konnte man Silas Gonzalez und Castro nicht ersetzen. Das ist teils zu hektisch, teils zu fahrig, teils zu verspielt. Allerdings muss man das der extrem jungen Truppe zugestehen. Nervig ist, dass der Abstand nach unten kleiner geworden ist. Wir dürfen da nicht reinrutschen, allein weil es dann im Kopf losgeht. Zudem standen zu viele auf dem Platz, die einen schlechten Tag erwischt haben. So sah Kulibali, Kalajic, Klimovic. Wir fanden Kalajic eigentlich ganz gut, hat Bälle vorne es sicher gemacht. So sah er nicht so einen auffälligen Tag, wie er es öfter hatte. Klimovic hat eigentlich auch gute Aktionen gehabt. Da war halt, wie oft, wie immer, oder wie häufig das Problem ist, einfach kein Endprodukt bei Klimovic am Ende des Tages rauskommt. Das war genau diese Szene, wo er in der ersten Nacht sich zentrationell technisch durchsetzt. Der hat ja was drauf. Da geht er am Einfuhr bei, am Einfuhr bei, dann geht er halt noch quasi unnötigerweise noch am Keeper vorbei und legt ihn dann zurück auf Förster, der halt noch, war auch gut gemacht vom Verteidiger und gestört wird am Abschluss. Hätte er aber früher abziehen müssen, hat er schon genügend Freiraum, um da abzuschließen. Sowas halt. Aber die Aktion bis dahin ist top, dass da wirklich am Ende ein Tor bei rauskommt, das fehlt Klimovic noch. Oder nicht ausreichend Qualität haben, das Spiel zu lenken, Förster. Klement. So, dann hier Aufschub der Mitgliederversammlung und Durchführung als Präsenzveranstaltung haben die Ultras Schwabensturm 2002 eine Meldung rausgekommen, die wollen es verschoben haben. Finde ich auch ehrlich einen Ticken schwierig. Man kennt ja das WLAN-Gate noch vom VfB-Mendt Dietrich damals. Und jetzt irgendwie Mitgliederversammlung und so eine krankwichtige Entscheidung irgendwie online zu machen mit Abstimmung, weiß ich nicht. Da kann man vielleicht wirklich eine andere Art und Weise finden, das zu machen. Dann hier ESECON entlastet, VfB-Squad prüft Strafanzeige, scheinbar irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, gegen denjenigen, der die Information rausgebracht hat, damit die Presse das schreiben konnte. Oder den Zwischenbericht quasi von denen. Ja. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen oder wie war das? Aber gut. Sollen sie machen. Dann hier Kicker auf Instagram. Welches Spiel war euer Highlight im Match der Bundesliga-Hinrunde? Da haben sie einmal Buchstabe A, 8-0 der Bayern gegen Schalke. Ich weiß nicht, was dann so besonders sein soll bei Schalke. Dann B, 4-3 Heimsieg gegen Leverkusen von Gladbach. Ja, war nett. Dann C, 3-3 Unschieden zwischen Union und Frankfurt. War auch nett. Was dann irgendwie fehlt, ist zum Beispiel der Sieg von Gladbach gegen die Bayern zu Hause. Und dann auf D der 1-5-Aussatz-Erfolg des VfB-Gerts bei Borussia Dortmund am 11. Spieltag. Ich weiß nicht, ob es mir nur so angezeigt wird quasi, aber die meisten gehen ja auch auf D. Stimmt auch. Das wäre wahrscheinlich so mit das Krasseste oder auf jeden, ich will nicht sagen das, aber mit eins der besondersten Spiele dieser Saison bisher und wird wahrscheinlich auch bis zum Saisonende bleiben. So, Freiburg Samstag 15.30 mit einigen Spielen gleichzeitig mal wieder. Freiburg ist stabil. Ist wirklich stabil. Wenn man mal guckt, die haben wirklich einen richtig guten Trend. Die haben gegen Bielefeld gewonnen gehabt, gegen Schalke, gegen Berlin. Da haben sie gegen uns den Pokal verloren, aber es ist ja kein Liga. Da hatten sie Hoffenheim gewonnen, Köln gewonnen. Das waren fünf Spiele am Stück in der Liga gewonnen. Köln sogar 5-0 zu Hause weggeprügelt. Dann in Bayern verloren, aber auch sehr, sehr knapp nur. Da hätte auch gute Unschieden drin sein können, wenn ich so alles richtig gelesen habe. Oder jetzt gerade am Wochenende unter der Woche in Unschieden gegen Fragen vor zu Hause, was auch irgendwie in Ordnung geht, denke ich. Ja, die Boys sind richtig gut drauf. Muss man einfach sagen. Die Lloyds sind richtig gut drauf. Heimtabelle sind die Freiburger auf 8. Wir sind aus der Tabelle jetzt tatsächlich auf Platz 2. Hatten wohl die Bayern noch irgendwie ein Spiel jetzt auswärts gemacht. Die haben jetzt 19 Punkte. Wir haben 17 geholt aus den neuen Spielen. Also, da ist schon was drin. Da ist schon was drin. Da sollte auch schon was drin sein. 100 Prozent. Irgendwie fehlt mir gerade eine Quelle. Das fühle ich natürlich total, nämlich die guten alten Daten. zum Spiel im Sinn von wie haben wir denn sonst so dort abgeschlossen. Und irgendwie fehlt dieser Link hier komplett. Suchen wir nochmal selber nach. Ist ja gar kein Stress. Kann ja schon mal ein bisschen prognostizieren, was ich so vom Spiel halte. Weil Freiburg auswärts, da waren wir normalerweise nie krass schlecht. Freiburg auswärts waren immer auch fußballerisch ganz gute Spiele. Hatten oft gute Spannung drin. Haben immer Spaß gemacht anzugucken. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den Stream dann morgen zum Spiel. Und dann kommen halt wie gesagt González, Silas, Castro vermutlich auch kommen alle zurück. Und dann wird auch dadurch schon sehr viel mehr gehen. Es wird nicht so ein Spiel werden wie in Bielefeld. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube kaum, dass wir uns nochmal so abschlachten, aber vom Ergebnis her schon abschlachten lassen wie in Bielefeld. Da wird schon sehr viel mehr gehen. Trotzdem, Freiburg ist sehr, sehr gut drauf. Haben gerade eine sehr starke Phase. ein Platz über uns, quasi direkt das Duell. Deswegen, ja, würde ich da mal zumindest auf mindestens einen Punkt hoffen. Im Sinne von, ich wäre mit dem Punkt zufrieden. Soll jetzt halt bestenfalls nicht anfangen, irgendwie noch ein nächstes Spiel zu verlieren, weil dann kommt irgendwann diese Phase, wo du dann irgendwie in der, in einer unnötigen Phase quasi in schlechte Ergebnisse reinläufst. Wenn du jetzt wirklich Bielefeld verlierst, dann in Freiburg noch verlierst, dann kommt noch Mainz, was auch ekelhaft ist zu Hause. Unter die ganzen Spiele, wo du eigentlich punkten solltest, um gefühlt den Klassenerhalt. Ich habe ja vorhin schon kurz vorgerechnet, quasi den Klassenerhalt sichern könntest. Mainz, Schalke, Köln und so weiter und so fort. Berlin kommt auch noch und sowas. Deswegen solltest du gerade jetzt nicht in eine Phase reinlaufen, wo du irgendwie Scheiße baust. Sehe ich aber auch nicht großartig. Ich denke, das gegen Bielefeld war einfach ein Ausrutscher, weil du warst ja leistungsmäßig auch nicht krank schlechter als Bielefeld. Es hat halt einfach nicht sein sollen am Mittwoch. Vielleicht soll es ja dann morgen wieder sein mit den neuen Jungs und neuen Jungs wieder mit den mit den alten mit der alten Startelf nach den ganzen Sperren alle wieder zurück und dann sollte da glaube ich morgen auch sehr viel mehr gehen und wenn man jetzt hier auch mal bei Fußballdaten schaut, 3-3-2-18 2-1 gewonnen 4-1 gewonnen 3-1 gewonnen im Pokal 2-1 verloren dann 3-0 verloren 2-1 gewonnen Ja, also die letzten also zeitlich es ist ja halt auch 2-13, 2-14, 2-18, 2-18 waren die letzten 4 Spiele Aber die haben wir 3 gewonnen 1-1 entschieden Also wir sind in Freiburg generell nicht schlecht unterwegs Absolut nicht Ich kann mal gesamt gucken ob man es hier irgendwie gucken kann Bilanz, genau So ein Ding war das Auswärts haben wir 9 Siege für uns 9 Siege für Freiburg so wie es aussieht und 2 Unentschieden Das aussieht jetzt gegen Freiburg sogar noch mal besser aus 16 Siege 3 Siege für Freiburg und 3 Unentschieden war das Aber wir sind auswärts nicht schlecht drauf in Freiburg vor allem in den letzten Spielen nicht In Freiburg geht tendenziell für uns irgendwie immer was Spiele waren auch mal recht interessant und deswegen kann man da ja schon auch gut ein bisschen drauf hoffen dass man da Punkte holt morgen gegen die Freiburger wäre ja auf jeden Fall zu wünschen und gehe ich auch fest davon aus Ich gehe davon aus dass wir morgen nicht verlieren werden Sieg ist vielleicht ein bisschen hoch prognostiziert aber ich gehe ganz sicher davon aus dass wir nicht verlieren werden gegen die Freiburger morgen Dann schreibt mal eure Prognosen rein was ihr so zum Spiel sagt vielleicht auch noch zum Bielefeld Spiel aber vor allem was ihr denkt was in Freiburg möglich ist für uns dann könnt ihr natürlich gerne morgen auch in den Stream reinschauen und dann war es das von mir heute mit dem Podcast bei mir fürs Zuhören fürs Zuschauen quälen sie wieder da und so weiter ihr kennt den ganzen Schnickschnack und dann bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.